recht herzlich willkommen zur 155 folge von towns letztes mal hat man hier die mauer geguckt und jetzt was man da noch gemacht ich weiß es gar nicht mehr wir haben über irgendwie steine gesprochen dass die hier noch eingelagert werden das passiert hier auch gerade wie man gerade sah und für die mauer hier war noch irgendwo ein bald was gebaut sind die schon abgerissen nein da steht noch ein baum der muss auf jeden fall noch weg oder rest wird schon gebaut der schon abgerissen ich weiß nicht oder abgefällt gefällt einfach okay das läuft hier dann da haben wir schon darauf gemacht da auch da auch das ist noch zum hochkommen dann da auch ein theoretisch kümmer da schon noch einen drauf setzen das mal verkehrt wir brauchen stein und nicht holz den da drauf und das geht mir auch und wie sieht das hier aus da ist schon da einer gemacht läuft der geht da auf jeden fall auch da wird der nächste gemacht okay da haben wir was zu tun sieht hier oben eigentlich so aus da ist die decke noch weiter zu machen schon soweit fertig ein schritts ne zwei schritte zurück auf holz umsteigen und zack nun sind die schon mal gesetzt und hier kann definitiv da einen song setzen haben die auch was zu tun gut läuft wie sieht es mit essen aus vier brot das hört sich gut an 14 äpfel 25 bieren alles ist gut vielleicht wahrscheinlich noch so ein paar andere sachen kaktusfrüchte sind jetzt nicht entscheidend sogar hier eine torte da einer hat die jetzt nicht abfallkuchen gibt es nicht aber läuft wie sieht es hier aus ok da wird keine abmachung sind erst anderweitig beschäftigt ok dann werden auch viel wieder am laufen momentan hier vor allem transport jungen von unten legen das hier rein kann man sagen läuft vielleicht noch mal nur zwei 76 hier das sind ja auch ein paar weniger geworden da sind keine die sind glaube ich alle ausgerüstet bergmann ist nur noch einer da das ist schlecht müssen wir den nächsten ankündigen bergmann heraus machen das läuft ok und das auch ok und 52 happiness ok das wird werden die laufen jetzt alle hier so wunderbar durch die gegend und machen das mit den steinen wo holen die die weg hier ja ok dann geht es ja noch wenn ihr aus der ersten etage erst holen sind ja relativ zügig da hier ist auch noch so viel zwischenraum da können auch noch überall räume sein naja wenn wir auch noch hinkriegen gut ich glaube der ist gefällt aber das müssen wir noch mal hier ändern das läuft hier sehe ich jetzt leider nicht wegen dem machen wir so dann wissen wir dass es da ausgewählt ist hier kann er hoch hier kann man hoch da kann man hoch da nicht da sehe ich jetzt nicht leider weil die bäume davor sind aber ist ja auch kein problem das so zu machen dann wissen wir dass da auch ausgewählt ist hier machen ein stück weiter und da gehen auch noch zwei und da geht einer und mir kommt es vor als ob wir eine pause haben ein angriff ein größerer angriff sogar dann das laufen und wir gucken uns das mal an kann auch einen schneller laufen lassen unsere leute sind ja eigentlich ausgebildet damit wir können jetzt auch sehen wie weit unsere mauer da schon schützt aber naja da sind noch viele löcher dran ok wann geht es los der ist schon unterwegs da naja so jetzt geht es los und die mauer hat wo eine schützende wirkung sie gehen auf jeden fall hier nicht durch sondern dadurch dann teilen sich dann auf laufen hier lang da wird schon gekämpft ist schon erledigt und hier sind schon einige streite die das auch schaffen ok wir haben sie jetzt auch 76 leute haben wir zurzeit und ich glaube die 76 leute sind immer noch da und die sind auch alle tot oder hier laufen noch zwei drei rum also die pinken oder lilanen farben sind noch nicht unterwegs gewesen gut die werden aber auch ganz schnell zerstört werden so da oben zwei kaputt kaputt die 76 steht da immer noch hier ist jetzt eine alleine dran aber selbst der hat es geschafft hier war was gut der angriff ist auch erledigt wunderbar hier ist bald voll dann kann man hier unten noch was rein machen ok das wird hier hinten weitergelegt wenn wir ausgewählt dann kannst du da auch noch einen draufsetzen da ist schon einer aber da geht auch noch einer läuft ne gut wird wohl hell oder so kommt auch noch ein stein der wird da abgelegt da kommt noch einer da kommt noch einer erledigt achso wir können da auch zwei hinsetzen das holz ist weg was da lag gut das sieht schon mal alles gut aus nicht mehr ausgewählt aber jetzt die beiden auch weg so geht das schon passt läuft würde ich sagen ne so wie sieht das mit Beschäftigung der Leute aus da kommt da kommt wieder ein stein holz wird auch gemacht super da ist der stein wo geht der hin ok ober etage war wichtiger wie unter ok da wurde auch unten aber das war die zweierlücke hier hier können wir noch so lassen obwohl hier kann zu oder na ist jetzt falsch aber ist ja egal das ist so oh pause noch ein Atemref und auch nochmal viele aber ich glaube das brauchen wir gar nicht groß drüber reden die werden auch von dort oben keine chance haben ja da ist das hier die nächste Mauer zu bauen sozusagen machen wir hier erstmal so ist dann die Frage wo zuerst gebaut wird hier oben oder da unten da fehlt noch ein stein für den boden ja machen wir es ein bisschen schick ne Deko nix Deko wo ist denn der boden dann da aber kommen die spinnen die sind gerade abgeschlachtet moden moden wende bitte wofür nicht denn auch da wege waren extra alles klar ich weiß nicht ob das jetzt schon ausgefüllt ist ich mach das mal hier so ne hier die Blümchen nehmen wir mal nicht nur nicht mit machen wir erst so einen blauen Weg hier runter gut Steine kommen ohne Ende das ist schon mal super werden hier unten hingebracht irgendwo gute Frage wo so Lücke fast geschlossen ja dann gehen wir wieder auf Wände zu und einer geht der Rest ist schon zu so der auch der darf noch nicht aber der da darf und der darf auch der Baum muss noch gemacht werden da auch noch läuft so ist wieder eine Pause dran oder wie sehe ich das die sind aber weg da ist doch keine Pause da ne keine Ahnung warum es nicht lief was macht der Berg irgendwie will da keiner also wir haben wieder zwei verloren nur noch 76 das ist schlecht hier sieht es mit Essen aus da ist genug da das läuft irgendwo wurde was abgebaut gerade war das hier das wäre natürlich super gewesen ne gut paar sitzen hier drinnen haben nichts zu tun jetzt muss ich gucken ob das hier war ich glaube das war hier der war das diesmal bleibe ich hier stehen und gucke zu ob das war wenn ich weg gehe klackert es wieder ne jetzt kommt wieder keiner du glaubst es nicht jetzt kommt auf jeden Fall ein Händler den lass mal kommen ne passiert nichts ja gut okay dann würde ich aber auch sagen soll es für den Moment erst reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann